F.A.s Jungs, ihr müsst mir das verzeiht, ich kann nicht so viele S.A. F.A.s annehmen, wie ihr mir geschickt habt. Stirbt doch einer von euch, ich krieg den Hater nicht. Ruffy, Hallöchen, Panda, grüßt euch. Halt dein Maul, also sein Name, ich sag keinem, halt dein Maul. Aber wenn ihr wollt, spiele ich gerne den ganzen Stream über mit ganz klassischen Klassen. Also auf jeden Fall Leute, 6 gegen 6 Turnier am Wochenende. Gewinnerteam darf immer stehen bleiben. Die Modi wechsle ich ein bisschen. Und plötzlich sitzt man hier vor 100 Leuten, hat irgendwie 6000 Aufsätze, äh 6000. Warte mal, jeder kommt mit deinem Herz aus. Komm schon. Uff. Und guck mal, jetzt ist er dahinter. Hahaha. Ich wusste es. Nein. Na komm. Alter. Ich treffe von 6 Tempelschüssen nichts, weil er hin und her springt wie ein Karnickel. Mir fliegen die ganze Zeit irgendwelche Fussel durchs Haar. Was? Okay. Für dein Alter bist du ein richtig guter Spieler. Oh, beleidige mich doch noch mehr. Kennst du, dass du nur Namen liest und dir und denkst, nee. Aha. Wow. Ach, geht weg. Nein. Du snipest mich nicht schon wieder. Ich weiß, dass du da bist. Nee, ich werde einfach erschossen. Hahaha. Oh Gott. Ich kaufe dir ein Headset. Ah. Boah, das ist ein Kondom von Mutti jetzt nicht. Nee. Und ein Kondom von Mutti als Headset auch nicht. Das war schon. Oh. Geh verkaufen. Noch einer. Oh. Du bist aus anderem Holz geschnitzt als die meisten YouTuber. Das gibt es wirklich nicht viel. Ich nehme es mal als Kompliment. Vielen Dank. Darf ich trotzdem fragen, was du damit meinst. Es geht einfach immer weiter. Ich hab dir nicht gesagt, hol dir mal Rainbow. Turn on. Das wird schon mal in der Stunde sein. Aber es ist schon... Oh, was ist denn mit dir? 6 zu 1. Guckt ihn an. Guckt ihn euch an. Mit Wachsamkeit. Sitz da in den Blumen drinne. Und gieß die. Gieß die. Ich hab mich durchs Auto selbst gekippt. Markus, gib mir deinen Kaderplatz bitte und dein Gamertag. Ich lade dich jetzt ein. Ja, ich hab da einfach so geschützt, weil ich so lachen musste. Ja, Prostner habe ich gesehen. Viel, viel Dank. Leute, 3000. 3000. Tschüss. Zieht dann auch die Bikini anziehen. Ich will es jetzt sehen. Ja. Oh mein Gott, du hast das Glück mal stehen. Oh mein Gott, Corti. Oh mein Gott. Corti, raus. Das war's. Ich hab alles abfotografen im Chicken Dead Fotos. Hallo, willkommen DG, vielen Dank. Oh mein Gott. Oh, spielst du Bredschi? Spielst du Bredschi, du Lappen? Leute, ihr steht mir so im Weg. Ich glaube, ich muss kurz mit dem Bredschi unterhalten. Oh, steht nur noch mehr im Weg. Blick, hallo? Oder Black? Ja, direkt zu creepy hier. Sexy Shippie, ich weiß, dass du auf mich stehst. Ganz ehrlich, guck mich an. Wer nicht? Also ich könnte da gern drauf verzichten, ja. Okay, da bin ich ganz deiner Meinung. Ihr wolltet das alle. Ist eure scheiß Wette gewesen. Ja, aber die haben wir jetzt abfotografieren können und die haben mich schicken können. Das war eure Wette und eure Entscheidung. Wenn du so sitzt, denkt man, dass du nackt bist. Also es fühlt sich auf jeden Fall auch so an. Okay, und jetzt einmal ganz kurz konzentrieren. Die sind nämlich nur am Campen hier. Alter. Fünf Aufsätze auf der VMP und steht bei sich im Spawn. Und ich glaube, auf unsere beiden Teammates können wir uns nicht verlassen. Also Gas geben. Aber ich muss da ja etwas anderes anziehen. Das fühlt sich so komisch an. Hast du ja bereits die Seitenfälle der Webcam schmaler gemacht, als du eigentlich bist? Ja, ich weiß noch nicht, warum das heute so übernommen wurde. Das Format ist voll verkackt. Ja, das ist seit gestern. Ich habe keine Ahnung warum. Die Kamera schämt sich, dich zu sehen, Digga. Warte, die kommen über Bunkel rein. Oben oder wo? Unten. Das ist ja gerade eben. Da bin ich mir nicht verreckt. Ich hab hier hinter den. Oh Gott, überall jetzt gleich. Ich weiß, dass du da bist. Ah. Ich suche auch immer so. Hahaha. Memo. Scheiße. Du bist ja auch da. Hahaha. Oh mein Gott. Ah. X-Top. Vielen Dank für dein Abo. Willkommen. Oh, Teammates. 1-7. Ich habe keinen Bock jetzt die Gas geben zu müssen, dass wir gewinnen. Ich bin leicht abgelenkt. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen Gas geben. Wie gesagt, Glückwunsch. Memo, viel, viel Dank. Hater eingesetzt. Ah, ich sag mir, das war zu meinem Hater, ok? Wunderlich. Danke. Wunderlich. Meine Gegner kriegst du trotzdem. Ich könnte auch sagen, Bruder, Zeit. Arsch, der Schick. Was? Das war gleich großartig. Abgehoben. Alter. Ah, ich will meine Waffe haben. Oh, oh. Da ist die Bratchy. Die Geiern zu zweit da hinten. So. Jetzt, Leute, machen wir mal ganz kurz hier Vollgas. Das ist Kasura. Mit dem größten Spitzernamen Geiert einfach. Das ist Kasura? Ernsthaft, der Geiert? Woher kennst du mich? Hey, Kani. Examen. Grüßt euch, Leute. Hallo. Also bevor ihr was sagt, ich habe was an. Keine Sorge. Ne, hat er nicht. Hier, seht ihr es? Es rutscht nur immer runter, weil ich keine Möpse habe. Ähm, ok. Feindliches Raps Landeschiff. Ist das eine Vorräte oder was? Ne, Kasura. Ja, 14 zu 8. Ok, gut. Das kann aber jetzt runter, ne? So. Das kann ich mal. Mein Energiekerl, geil. Das ist halt. Ja, nice. Genau, dein Energiekerl, gejobbt. Sehr schön. Oh mein Gott. So ein Energiekerl ist absoluter Wahnsinn. Ja, ist geil, ne? Oh Jungs, ich habe zwei Hater. Was habt ihr? Zwei Energiekerl. Ich spiele, während alles luftig ist. Was soll ich tun? Raptor, vielen Dank für dein Abo. Weil er gepusht wurde? Was meinst du mit halten? Das muss ins Best of. Weil er gepusht wurde. Ich habe meinen nächsten Hater, Mädels. Memo, ich habe vor ein paar Wochen die Wette gemacht, dass ich 3.000 Abos dieses Jahr nicht schaffe. Und ich habe einfach, weil ich so hochmütig war, gesagt, ja wisst ihr was? Ich streame hier ein bisschen so schön weiblichen Oberteil, Bikini, irgendwas. Ja. Und dann kam Haptik. Jungs, ich habe drei Hater die Runde gemacht, ne? Ja, es ist toll. Was wollt ihr eigentlich, der kleine Nachbar, Alter? Aha, jetzt, jetzt kommt er, jetzt wird er... Jetzt wird er übermütig. Ich dachte, ihr seid ja gerade scheiße. Das, das... Al... Alter, leckt er. Boah, Digga. Ja, ich nehme aber bitte dieser Energie-Candown. Oh mein Gott, er leckt. Weil diese No-Hits da am Gammeln sind. Kasura, ich würde quitten gehen, weil du scheiße wirst. Äh, nicht so fies hier. Er ist halt nicht der beste Spieler. Oh, ihr seid unten, ich weiß, wo ihr seid. Ihr campt? Ach, schade. 3.031 Abos, Leute, ihr seid krass. Hast du wenig verdient, wünsche dir auch viel Spaß und macht weiter so. Vielen, vielen Dank, 4Plays. Wir sehen uns morgen wieder im Stream. Es hat super viel Spaß gemacht, das war der Hammer heute mit euch. Vielen, vielen Dank für die Abos. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, fürs Dasein. Seid morgen ab 16 Uhr wieder dabei. Ich werde auch was anhaben, versprochen, und dann sehen wir uns. Memo, ich küsse dein Auge, Leute, wir sehen uns, haut rein.